Böse Mann, wie oft willst du uns noch provozieren, Mann? Ich hab dir so gesagt, konzentrier dich mal auf deinen Job bei Rewe, Mann. Und hör mal auf, irgendwelche Leute zu provozieren. Was soll denn der Scheiß, Mann? Sie dann trainiert mehr und er ist ja auch mal Rapper als du. No Front oder so. Aber du sollst endlich mal dich um Rewe kümmern, Regale einräumen, Fiale wischen, Kassensturz machen, sowas. Aber doch hier nicht irgendwelche Ansagen machen und irgendwo hinfahren, Mann. Das ist deinem Alter auch nicht mehr gerecht, Mann. Hör doch mal irgendwie auf, die ganze Zeit Welle zu machen, nur als Tipp, Mann. Sonst kommt irgendwann irgendwie echte Gangster wie Kolia und dann bist du weg, Mann. Nur als Tipp vom Boss. Straßenkampf würde so oder so nicht kommen, Mann. Weil bei den Rappern ist es eh so, komm da hin, dann kommt der nicht hin, dann kommt da hin. Das ist alles nur Kinderspielerei, Mann. Nur Kinderquatsch, Mann. Das hört auf, solche Filme zu machen. Okay, meine Freunde, es ist fast wie du von 0 an, Boss. Abonniert gleich nicht vergessen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.